Der Tourismus und damit auch die Bergbahnen stehen für die Freiheit des Reisens und die Begegnung. Für die Natur und ihre Zugänglichkeit. Ja und natürlich stehen wir für die Freude im Sinne von Sport, Bewegung und Genuss. Mit der heurigen Teilnahme am World Pride Day, da bekennen wir Farbe sozusagen und nehmen Stellung zu den Werten, die uns auszeichnen. Das ist Toleranz, Weltoffenheit, dann Vielfalt, Solidarität und Respekt. Der Alleskönnerberg ist heuer unser World Pride Mountain. Und deshalb haben wir heuer die Gondeln von Streiben in den bunten Form der World Pride Bewegung beklebt, weil wir auch ein sichtbares Zeichen setzen wollen. Und damit sind unsere Gondeln ein kommunikatives Transportmittel. Denn eins ist klar, es geht nur gemeinsam bergauf. Für uns Bergbahnen ist die Kommunikation ja die Grundlage des Zusammenkommens und des Zusammenlebens. Normalerweise sind wir sehr marketinggetrieben, aber unser eigentlicher genetischer Code ist ja Freiheit, Respekt und Toleranz. Und das ist ein Code, ohne dem sich unser Angebot nicht wirklich erleben lässt. Die Aktion läuft heuer ganz zusammen, die Beklebung bleibt auf die Gondeln oben und wir werden die eine oder andere Aktion noch machen. Vor allem langer Freitag wird wieder passieren, Juli, August. Und wir werden das Thema Nähe und Distanz auch noch aufarbeiten. D înwennig tweets. D auf-damen线. Musik So, fiyah, viel unten.